Lektion 1, Reisen und Check-in Guten Morgen! Ich hatte gestern eine tolle Zeit beim Sichtsee ein. Hallo! Das klingt aufregend. Was hast du gesehen? Ich habe berühmte Sehenswürdigkeiten wie den Eiffelturm und das Louvre Museum besucht. Wow! Das sind Attraktionen, die man in Paris gesehen haben muss. Ich bin so neidisch. Es war unglaublich, aber ich bin so müde vom ganzen Gehen. Das kann ich mir vorstellen. Sichtsee ein kann anstrengend sein, aber es lohnt sich. Auf jeden Fall! Ist es übrigens möglich, früh im Hotel Einzug ecken? Das hängt von Ihren Richtlinien ab. Sie können an der Rezeption nachfragen. In Ordnung. Ich erkundige mich nach dem Eerli-Check-in. Danke! Kein Problem! Genieß den Rest deiner Reise! Ich danke dir! Danke für deine Hilfe! Hab einen schönen Tag! Hallo! Ich beabsichtige, mindestens dreimal pro Woche Cardio zu machen. Hallo! Das ist ein großartiges Ziel. Wie profitieren Sie davon? Es hilft wirklich bei meiner Ausdauer und meinem allgemeinen Fitnessniveau. Das ist fantastisch! Konsequentes Ausdauertraining kann die Ausdauer verbessern. Exakt! Ob Laufen, Radfahren oder Schwimmen, es macht einen Unterschied. Es ist wichtig, Aktivitäten zu finden, die dir Spaß machen, um motiviert zu bleiben. Absolut! Ich mische es gerne mit verschiedenen Übungen, um es interessant zu halten. Abwechslung ist der Schlüssel, um Langeweile vorzubeugen und ihren Körper herauszufordern. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, Stress abzubauen und meinen Kopf freizubekommen. Bewegung hat zahlreiche geistige und körperliche Vorteile. Es ist eine Win-Win-Situation. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Nach einem guten Training fühle ich mich energiegeladen und erfrischt. Macht weiter so! Ihr Engagement wird sich auszahlen. Danke! Danke für deine Ermutigung! Hab einen wundervollen Tag! Lektion 3 Morgenroutine und Pendeln Hallo! Ich ziehe meine Klamotten an und mache mich bereit für den Tag. Ich nehme den Schulbus, um pünktlich zur Schule zu kommen. Es dauert ungefähr 20 Minuten, um die Schule von meiner Haltestelle aus zu erreichen. Das ist nicht so schlimm. Gefällt dir die Busfahrt? Es ist in Ordnung. Normalerweise nutze ich diese Zeit, um Musik zu hören oder zu lesen. Das ist eine großartige Möglichkeit, das Beste aus Ihrem Pendelverkehr herauszuholen. Ja, es hilft mir, mich zu entspannen und mich auf den kommenden Tag vorzubereiten. Es ist wichtig, den Tag positiv zu beginnen. Auf jeden Fall! Ich finde, dass ein friedliches Pendeln den Ton für den Tag angibt. Nun, ich wünsche dir einen schönen Schultag! Ich danke dir! Ich weiß das zu schätzen! Hab auch einen wundervollen Tag! Lektion 4 Aromen entdecken Hallo! Ich bevorzuge mildere Aromen, aber ich bin offen dafür, neue Dinge auszuprobieren. Hallo! Das ist großartig! Es ist immer gut, seinen Gaumen zu erweitern. Was hast du in letzter Zeit versucht? Ich habe zum ersten Mal ein würziges thailändisches Gericht probiert und es war ein ziemliches Erlebnis. Das ist wunderbar! Das Verlassen Ihrer Komfortzone kann aufregend sein. Es war definitiv eine einzigartige Geschmackskombination. Ich habe das Abenteuer genossen. Das Ausprobieren neuer Lebensmittel kann Sie in verschiedene Kulturen und Traditionen einführen. Absolut! Es ist wie eine kulinarische Reise zu unternehmen, ohne die Stadt zu verlassen. Manchmal entdeckt man unterwegs vielleicht unerwartete Favoriten. Das ist wahr! Ich habe meine Liebe zu Sushi entdeckt, als ich es zum ersten Mal probiert habe. Das ist fantastisch! Es gibt so viele tolle Geschmacksrichtungen, die darauf warten, entdeckt zu werden. Ich stimme voll und ganz zu. Es geht darum, neue Erfahrungen und Geschmäcker anzunehmen. Nun, auf weitere leckere Abenteuer! Prost! Danke für das Gespräch! Hab einen fantastischen Tag! Lektion 5 Ermutigung und Unterstützung Hallo Anna! Ich bin etwas nervös wegen meiner bevorstehenden Präsentation. Hallo John! Mach dir keine Sorgen! Du schaffst es! Ich glaube an dich! Ich danke dir! Deine Worte sind beruhigend! Ich schätze ihre Unterstützung! Es ist wichtig, dass dich jemand anfeuert, wenn du dich unsicher fühlst! Absolut! Es gibt mir das Selbstvertrauen, jede Herausforderung anzugehen. Denken Sie daran, sie haben sich gut vorbereitet! Vertraue auf deine Fähigkeiten! Du hast recht! Ich habe mir die Mühe gegeben, und jetzt ist es an der Zeit zu glänzen. Glaub an dich selbst! Du bist zu großartigen Dingen fähig! Das werde ich im Hinterkopf behalten! Ihre Ermutigung bedeutet mir viel! Ich freue mich, dass ich für dich da sein kann! Wir alle brauchen ein Unterstützungssystem! Jemanden wie dich in meiner Ecke zu haben, macht einen großen Unterschied! Ich freue mich, diese Person für dich zu sein! Damit bist du nicht allein! Ich danke dir! Dein Glaube an mich gibt mir Kraft! Ich werde mein Bestes geben! Ich weiß, dass du es tun wirst! Geh raus und zeig ihnen, wozu du fähig bist! Das werde ich! Nochmals vielen Dank, dass du so ein toller Freund bist! Jederzeit! Du schaffst das viel Glück bei deiner Präsentation! Danke! Dann mache ich dich stolz! Mach's gut! Lektion 6 Geld ist wichtig Hallo Anna! Hast du diese Tunis gesehen? Wir haben 5 Dollar Scheine und auch 10 Dollar Scheine! Hallo John! Ja, das ist mir aufgefallen! Es ist interessant, wie die Währung in verschiedenen Ländern variiert! Absolut! Es ist faszinierend, mehr über die verschiedenen Konfessionen und ihren Wert zu erfahren! An manchen Orten haben sie sogar Münzen im Wert von mehr als einem Dollar! Das ist wahr! Es ist praktisch für kleine Transaktionen! Ich stimme zu! Es erspart ihnen, viele Rechnungen mit sich herumzutragen! Außerdem ist es immer aufregend, wenn man Kleingeld herumliegen sieht! Ja, vor allem, wenn sie eine Glücksmünze oder eine seltene Münze finden! Es ist wie eine kleine Schatzsuche, nicht wahr? Auf jeden Fall! Es bringt ein bisschen Spaß in den Alltag! Und es ist eine Erinnerung daran, dass sich selbst kleine Mengen im Laufe der Zeit summieren können! Das ist eine wertvolle Lektion! Es ist wichtig, dass wir unsere Finanzen mit Bedacht verwalten! Absolut! Es ist gut, zu sparen und auf unsere Ausgabegewohnheiten zu achten! Glück mit Geld zu haben ist toll, aber klug damit umzugehen ist noch besser! Gut gesagt! Machen wir das Beste aus dem, was wir haben, und treffen wir kluge Entscheidungen! Einverstanden! Auf finanziellen Erfolg und intelligentes Geldmanagement! Prost! Danke für das Gespräch! Mach's gut! Lektion 7 Erstmaliger Reisender Hallo Anna! Hast du irgendwelche Tipps für einen Erstreisenden? Hallo John! Klar! Entscheiden Sie sich zunächst für das Ziel, das Sie erkunden möchten! Das macht Sinn! Die Erforschung verschiedener Orte kann aufregend sein! Absolut! Suchen Sie nach Informationen zu Kultur, Sehenswürdigkeiten und lokalen Bräuchen! Es ist wichtig, respektvoll zu sein und sich der lokalen Kultur bewusst zu sein! Auf jeden Fall! Es kann auch hilfreich sein, ein paar grundlegende Sätze in der Landessprache zu lernen! Erstellen Sie als nächstes eine Checkliste mit den wichtigsten Gegenständen, die Sie für Ihre Reise einpacken müssen! Guter Punkt! Es ist wichtig, auf Reisen alles dabei zu haben, was Sie brauchen! Vergessen Sie nicht, auch die Wettervorhersage für Ihr Reiseziel zu überprüfen! Richtig! Das Packen geeigneter Kleidung ist entscheidend für eine komfortable Reise! Sobald Sie angekommen sind, seien Sie offen für neue Erlebnisse und probieren Sie die lokale Küche! Das Ausprobieren neuer Lebensmittel ist einer der besten Teile des Reisens, nicht wahr? Absolut! Es ist eine großartige Möglichkeit, in die lokale Kultur einzutauchen! Und vergessen Sie nicht, Erinnerungen mit Fotos oder einem Reisetagebuch festzuhalten! Wenn Sie Ihre Erfahrungen aufzeichnen, können Sie sie später besser schätzen! Das mache ich auf jeden Fall! Es ist beruhigend, jemanden wie Sie zu haben, der mir Ratschläge gibt! Ich freue mich, dass ich helfen konnte! Reisen kann ein unglaubliches Abenteuer sein! Ich danke dir! Ihre Anleitung hat mich mehr auf meine Reise gespannt gemacht! Du bist willkommen! Ich wünsche dir eine fantastische Reise! Genieße jeden Moment! Ich danke dir vielmals! Ich werde das Beste daraus machen! Mach's gut! Lektion 8 Bedeutungsvolle Momente Hey Anna, hast du jemals bedeutende Momente auf Reisen erlebt? Hallo John! Absolut! Es gab viele unvergessliche Momente! Das klingt faszinierend! Kannst du einen von ihnen mit mir teilen? Sicher! Einmal habe ich einen atemberaubenden Sonnenuntergang über dem Meer gesehen! Wow! Das muss ein wirklich unvergesslicher Anblick gewesen sein! Es war magisch! Die Farben malten den Himmel in Orange- und Rosatönen! Die Schönheit der Natur kann einen bleibenden Eindruck hinterlassen, nicht wahr? Auf jeden Fall! Es erinnerte mich an die Weite und das Wunder unserer Welt! Hattest du auf deinen Reisen Begegnungen mit faszinierenden Wildtieren? Ja, einmal habe ich einen majestätischen Elefanten in seinem natürlichen Lebensraum aus der Nähe gesehen! Das muss sowohl aufregend als auch demütigend gewesen sein! Absolut! Es hat mich dazu gebracht, die Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten zu schätzen! Haben Sie jemals an einem lokalen Festival oder einer Feier teilgenommen? Ja, ich hatte die Gelegenheit, an einem pulsierenden Karneval in Brasilien teilzunehmen! Ich kann mir nur vorstellen, welche Energie und Aufregung das umgibt! Es war ein Wirbelwind aus Musik, Tanz- und farbenfrohen Kostümen! Das Erleben verschiedener Kulturen muss die eigene Perspektive erweitern! In der Tat! Es lehrt uns, Vielfalt anzunehmen und Traditionen zu feiern! Haben Sie jemals eine adrenalin-geladene Abenteueraktivität ausprobiert? Ja, ich bin einmal Fallschirmspringen gegangen! Der Ansturm des freien Falls war unbeschreiblich! Das erfordert Mut! Das muss ein unglaublicher Adrenalinschub gewesen sein! Es war eine berauschende Erfahrung, die meine Grenzen überschritten hat! Diese bedeutungsvollen Momente machen Reisen so bereichernd! Das tun Sie! Sie schaffen bleibende Erinnerungen und Geschichten, die es zu teilen gilt! Danke fürs Teilen! Es ist inspirierend, von Ihren Erfahrungen zu hören! Du bist willkommen! Es ist immer eine Freude, Reiseberichte zu teilen! Ich freue mich darauf, eines Tages meine eigenen bedeutungsvollen Momente zu kreieren! Ich bin sicher, das wirst du! Genießen Sie jeden Moment Ihrer Reise! Ich danke dir! Ich werde sicherstellen, dass ich jede Gelegenheit nutze! Passt auf euch auf! Passt auch auf euch auf! Reisen Sie sicher und genießen Sie die Abenteuer, die Sie erwarten! Auf Wiedersehen! Bis wir uns wiedersehen! Erkundet weiter! Lektion 9 Der Spielplatz der Natur Wo sollte ich anfangen, nach zuverlässigen Wanderschuhen zu suchen? Beginnen Sie in Fachgeschäften für den Außenbereich oder informieren Sie sich online über Bewertungen und Empfehlungen! Gute Idee! Bequeme und robuste Stiefel sind für lange Wanderungen unverzichtbar! Absolut! Sie bieten Halt und schützen Ihre Füße vor unwegsamem Gelände! Wie wäre es mit einem Rucksack? Irgendwelche Funktionen, die ich in Betracht ziehen sollte? Suchen Sie nach einem Rucksack mit verstellbaren Gurten und mehreren Fächern zur Organisation! Das macht Sinn! Ich brauche genug Platz für meine Ausrüstung und das Nötigste! Vergessen Sie nicht, ein zuverlässiges Zelt zum Campen zu haben! Berücksichtigen Sie Größe, Gewicht und Wetterbeständigkeit! Richtig! Ein gutes Zelt kann den Erfolg oder Misserfolg eines Campingerlebnisses ausmachen! Und vergessen Sie nicht, wie wichtig ein klimatauglicher Schlafsack ist! Ich werde sicherstellen, dass ich eine auswähle, die mich warm und bequem hält! Ein weiteres unverzichtbares Element ist eine zuverlässige Stirnlampe für freihändige Beleuchtung! Das ist ein toller Vorschlag! Das wird bei nächtlichen Wanderungen nützlich sein! Apropos Nacht! Ein tragbarer Herd zum Kochen von Mahlzeiten ist ein Muss! Stimmt! Ich würde gerne ein paar köstliche warme Mahlzeiten in der Wildnis genießen! Und vergessen Sie nicht, die richtigen Kleidungsschichten für unterschiedliche Wetterbedingungen zu tragen! Schichten sind der Schlüssel, um sich wohl zu fühlen und sich an wechselnde Temperaturen anzupassen! Erwägen Sie, in einen hochwertigen Wasserfilter zu investieren, um auf Ihren Wanderungen ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen! Flüssigkeitszufuhr ist besonders bei der Erkundung abgelegener Gebiete von entscheidender Bedeutung! Packen Sie zum Schluss ein Erste-Hilfe-Set mit wichtigen Dingen wie Bandagen und Desinfektionsmittel ein! Sicherheit sollte immer Priorität haben! Ich werde sicherstellen, dass ich einen zur Hand habe! Großartig! Mit der richtigen Ausrüstung bist du bereit, die freie Natur zu erobern! Ich danke dir! Ihr Fachwissen wird meine Outdoor-Abenteuer noch besser machen! Du bist willkommen! Genießen Sie Ihre Wanderungen und genießen Sie die Schönheit der Natur! Das werde ich! Mach's gut! Bis zu unserem nächsten Gespräch! Passt auch auf euch auf! Viel Spaß beim Wandern und viel Spaß beim Erkunden! Auf Wiedersehen! Ich werde mit Geschichten über meine Outdoor-Eskapaden zurückkehren! Lektion 10 Fluchthengste überwinden Hey Anna, ich habe Flugangst! Kannst du mir helfen? Was macht dir natürlich am meisten Sorgen? Hallo John, ich helfe gerne weiter! Sag mir, was genau verursacht deine Angst? Nun, ich habe Angst vor Turbulenzen und dem Gefühl mangelnder Kontrolle! Ich verstehe! Turbulenzen können beunruhigend sein, aber das ist ein normaler Teil des Fliegens! Wie kann ich mit Turbulenzen umgehen und meine Angst während des Fluges bewältigen? Tiefe Atemübungen und die Konzentration auf etwas Beruhigendes können helfen! Das ist ein guter Vorschlag! Ich werde versuchen, entspannt zu bleiben und meinen Geist abzulenken! Eine weitere Sache, an die Sie sich erinnern sollten, ist, dass Piloten hochqualifizierte Fachkräfte sind! Du hast recht! Wenn ich Ihrer Expertise vertraue, kann ich beruhigt sein! Darüber hinaus kann es Ängste lindern, wenn Sie sich über die geltenden Sicherheitsmaßnahmen informieren! Ich werde sicherstellen, dass ich recherchiere und mich mit der Flugsicherheit vertraut mache! Es könnte auch helfen, positive Ergebnisse und erfolgreiche Flüge zu visualisieren! Positives Denken kann sicherlich einen Unterschied beim Umgang mit Angst machen! Erwägen Sie außerdem, mit einem Therapeuten zu sprechen, der sich auf Flugangst spezialisiert hat! Es ist eine großartige Idee, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen! Ich werde es mir ansehen! Denken Sie daran, dass Millionen von Menschen jeden Tag sicher und ohne Zwischenfälle fliegen! Das ist wahr! Ich sollte mich nicht von Angst davon abhalten lassen, die Welt zu erkunden! Genau! Sich deiner Angst zu stellen, kann zu unglaublichen Erlebnissen führen! Ich danke dir! Ihr Rat gibt mir Hoffnung und Motivation! Du bist willkommen! Ängsten zu begegnen, ist eine mutige Reise! Ich werde kleine Schritte unternehmen, um meine Angst zu überwinden und Selbstvertrauen zurückzugewinnen! Das ist der Geist! Ich glaube an deine Fähigkeit, deine Angst zu besiegen! Danke für deine Unterstützung! Ich weiß das wirklich zu schätzen! Kein Problem! Ich bin hier, um zu helfen! Sicheres Reisen und viel Spaß beim Fliegen! Ich danke dir! Ich werde sie über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten! Passt auf euch auf! Passt auch auf euch auf! Ich freue mich darauf, von ihren erfolgreichen Flügen zu hören! Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal! Bleib großartig und inspiriere weiterhin andere! Lektion 11 Yellowstone Wunder Hallo Anna, hast du von den faszinierenden Features in Yellowstone gehört? Hallo John, ja! Yellowstone ist bekannt für seine Geysire, Schlammtöpfe und mehr! Geysire sind unglaublich! Sie schießen heißes Wasser in die Luft, oder? Das ist richtig! Sie brechen mit heißem Wasser und Dampf in einem spektakulären Schauspiel aus! Gibt es in Yellowstone neben Geysiren noch andere Besonderheiten? Gibt es in den faszinierenden Features? Unbedingt! Yellowstone enthält auch Schlammtöpfe oder Schlammquellen! Schlammtöpfe? Was sind die genau? Schlammtöpfe sind sprudelnde Schlammbecken, die durch heiße Quellen entstehen, die sich mit Erde vermischen. Das klingt faszinierend. Ich würde Sie gerne eines Tages aus der Nähe sehen. Es ist ein bemerkenswerter Anblick, den kochenden Schlamm und die einzigartigen Farben zu beobachten. Gibt es in Yellowstone noch andere Naturwunder, die es wert sind, erkundet zu werden? Ja, es gibt atemberaubende Wasserfälle, Schluchten und Wildtiere zu bewundern. Die Vielfalt der Natur in Yellowstone ist wirklich beeindruckend. In der Tat. Es ist ein Paradies für Naturliebhaber und Outdoor-Enthusiasten. Das kann ich mir vorstellen. Ich muss Yellowstone zu meiner Reiseliste hinzufügen. Das ist eine tolle Idee. Es ist ein Ort, den Sie nicht verpassen sollten. Ich werde auf jeden Fall eine Reise planen und die Wunder von Yellowstone erleben. Du wirst nicht enttäuscht sein. Es ist ein Ort, der einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Vielen Dank, dass Sie diese faszinierenden Informationen mit mir geteilt haben. Du bist willkommen. Ich freue mich, Ihnen Yellowstones Wunder vorstellen zu können. Ich weiß das zu schätzen. Ich freue mich darauf, die Schönheit aus erster Hand zu erkunden und zu entdecken. Ich freue mich auch für dich. Hab eine fantastische Zeit bei deinem Besuch. Ich danke dir. Ich werde unvergessliche Erinnerungen in Yellowstone sammeln. Ich bin sicher, das wirst du. Genießen Sie jeden Moment und genießen Sie die Wunder der Natur. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und inspiriere andere weiter. Lektion 12. Unvergessliche Reiseerlebnisse Hallo Anna. Ich war kürzlich auf einer Reise und hatte einige tolle Erlebnisse. Hallo John. Das ist wunderbar. Ich bin gespannt, welcher Ort am meisten auffiel. Es ist schwer, sich zu entscheiden, aber die Menschen in einer bestimmten Stadt waren unglaublich gastfreundlich. Das ist immer hilfreich und macht eine Reise noch angenehmer. Unbedingt. Es ist toll zu hören, dass die Leute warmherzig und freundlich waren. Es hinterlässt einen bleibenden Eindruck und trägt zum Gesamterlebnis bei. Definitiv. Es sind die Interaktionen mit Einheimischen, die Reisen unvergesslich machen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Also, abgesehen von den Menschen, was hat deine Reise noch besonders gemacht? Die atemberaubenden Landschaften und die natürliche Schönheit waren wirklich beeindruckend. Die Natur hat die Art, uns in Ehrfurcht zu versetzen und uns an ihre Wunder zu erinnern. Absolut. Die malerische Landschaft machte jeden Moment unvergesslich. Hatten Sie während Ihrer Reise herausragende Momente oder Aktivitäten? Ich hatte die Gelegenheit, einzigartige und köstliche lokale Küche zu probieren. Die Erkundung der lokalen Küche ist eine wunderbare Möglichkeit, eine neue Kultur zu erleben. Das ist es wirklich. Die Aromen und Düfte waren ein Fest für die Sinne. Gibt es ein bestimmtes Gericht oder Restaurant, das Sie empfehlen würden? Ich habe dieses unglaubliche Fischgericht in einem kleinen Restaurant am Meer probiert. Meeresfrüchte am Meer klingt nach einer perfekten Kombination. Es war ein kulinarischer Genuss und die Aussicht machte es noch unvergesslicher. Das klingt nach einem perfekten Reisemoment, gutes Essen mit Aussicht zu genießen. Das war es auf jeden Fall. Es sind diese kleinen Momente, die für immer bei dir bleiben. Unbedingt. Reisen hat die Möglichkeit, bleibende Erinnerungen und Geschichten zu schaffen. Ich bin so dankbar für die Gelegenheit, so bereichernde Erfahrungen machen zu können. Bewahren Sie diese Erinnerungen. Sie werden dir immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich danke dir. Ich werde diese Momente schätzen und weitere Abenteuer planen. Du bist willkommen. Auch viele weitere unglaubliche Reisen liegen vor uns. Prost darauf! Mögen wir die Welt weiterhin erkunden und umarmen. Prost! Ich wünsche Ihnen endlose neue Entdeckungen und schöne Reisen. Danke! Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und inspiriere andere weiter. Passt auch auf euch auf! Gute Reisen und teile weiterhin deine wunderbaren Geschichten! Auf Wiedersehen! Ich komme mit weiteren aufregenden Geschichten von meinen Reisen zurück. Lektion 13 – Mode und Selbstvertrauen Hallo Anna! Ich brauche deine Modeberatung. Meine Schwester sucht mir ein Outfit aus. Hallo John! Das klingt lustig. Wenn dich jemand anderes stylt, sorgt das für zusätzliche Spannung. Unbedingt! Ich verspüre ein Gefühl der Vorfreude und Neugier auf das Outfit. Es ist interessant, wie Kleidung in uns unterschiedliche Emotionen hervorrufen kann. In der Tat! Durch das richtige Outfit können wir uns selbstbewusst und gestärkt fühlen. Selbstvertrauen spielt eine wichtige Rolle dabei, wie wir uns der Welt präsentieren. Absolut! Wenn wir uns in dem, was wir tragen, wohl fühlen, stärkt das unser Selbstbewusstsein. Es ist erstaunlich, wie Mode unsere Stimmung und Denkweise beeinflussen kann. Ich stimme zu. Es ist, als würde man ein Kunstwerk tragen, das unsere Persönlichkeit widerspiegelt. Mode ermöglicht es uns, uns auszudrücken, ohne ein Wort zu sagen. Das ist das Schöne daran. Das ist eine visuelle Sprache, die wir alle verstehen. Haben Sie ein Lieblingskleidungsstück, mit dem Sie sich sicher fühlen? Ich habe diesen maßgeschneiderten Anzug, mit dem ich mich sofort elegant fühle. Ein gut sitzender Anzug strahlt Eleganz und Raffinesse aus. Absolut! Es ist, als würde ich eine neue Persönlichkeit annehmen, wenn ich es trage. Es ist faszinierend, wie Kleidung unsere Selbstwahrnehmung verändern kann. Das ist es wirklich. Mode hat die Macht, unser Selbstbild zu prägen. Und wenn wir uns gut fühlen, strahlt das auf die Menschen um uns herum aus. Das ist die Magie der Mode. Es hat die Fähigkeit, positive Energie zu erzeugen. In der Tat. Es geht nicht nur um die Kleidung, es geht darum, wie wir uns dadurch fühlen. Du hast recht. In der Mode geht es darum, sich selbst auszudrücken und unsere Einzigartigkeit anzunehmen. Und es ist eine Reise, auf der wir unterwegs unseren persönlichen Stil entdecken. Absolut! Es ist ein Abenteuer, das es uns ermöglicht, verschiedene Ästhetiken zu erkunden. Mode ist eine Kunstform, die wir tragen und der Welt präsentieren können. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist eine wunderschöne Mischung aus Kreativität und Selbstvertrauen. Machen Sie sich Ihren Stil zu eigen und lassen Sie ihn ein Spiegelbild dessen sein, wer Sie sind. Ich danke dir! Ihre Worte inspirieren mich, Mode mit Zuversicht anzunehmen. Lektion 14 – Spielerisch lernen Hallo Anna! Ich habe eine Geschichte über eine kreative Art des Lernens gehört. Hallo John! Das klingt faszinierend. Worum ging es? Es geht um zwei Freunde, Ann und Helen, die spielerisch gelernt haben. Lernen beim Spielen kann eine unterhaltsame und effektive Methode sein. Unbedingt! Eines Tages schleppte Ann Helen zu einer Wasserpumpe. Ich frage mich, was Sie mit der Wasserpumpe gemacht haben. Ann machte Schilder für Wasser, während Helen den Griff pumpte. Das ist eine clevere Art, Worte mit Handlungen zu verbinden. Sie machten das Lernen zu einer praktischen Erfahrung. Interaktive Aktivitäten machen das Lernen ansprechender. Und es hilft auch dabei, Informationen besser aufzubewahren. Haben Ann und Helen die Erkundung auf diese Weise fortgesetzt? Ja, Sie sind zu anderen Objekten und Aktionen übergegangen. Es ist, als würde man Ihr eigenes Lernabenteuer kreieren. Sie waren neugierig und nutzten Ihre Fantasie. Vorstellungskraft ist ein mächtiges Werkzeug, um neue Dinge zu lernen. Kannst du ein Beispiel für eine andere Aktivität nennen, die sie gemacht haben? Sie spielten mit Bausteinen und beschrifteten jede Form. Das ist eine großartige Möglichkeit, etwas über Formen und Farben zu lernen. Sie kombinierten Verspieltheit mit pädagogischen Elementen. Spielerisches Lernen macht den Prozess unterhaltsam. Es ist wichtig, diese Neugier und Liebe zum Lernen zu fördern. In der Tat. Es bildet eine solide Grundlage für lebenslanges Lernen. Ich bin inspiriert von Ann und Helens Lernansatz. Ihre Geschichte zeigt, dass Lernen Spaß machen und kreativ sein kann. Wir können spielerische Elemente in unser eigenes Lernen einbeziehen. Absolut! Es fügt ein Element der Freude und Entdeckung hinzu. Lassen Sie uns den Geist des Spielens annehmen und neue Wege des Lernens erkunden. Ich freue mich darauf, meiner Lernreise mehr Verspieltheit zu verleihen. Das ist der Geist. Lernen sollte ein Abenteuer sein. Danke, dass du die Freude am Lernen teilst. Lektion 15 Ein Spaziergang und ein Plan Hallo Anna, ich habe eine Idee. Lass uns spazieren gehen und einen Plan machen. Hallo John, klingt nach einer großartigen Möglichkeit, Aktivität und Produktivität zu kombinieren. Gehen kann unsere Kreativität anregen und unseren Geist klären. Exakt! Also, lass uns jetzt unseren Spaziergang beginnen und unseren Plan besprechen. Ich freue mich. Wo beginnen wir unseren Spaziergang? Lass uns den Park in der Nähe erkunden. Es ist heiter und inspirierend. Das klingt perfekt. Die Natur bringt immer neue Ideen hervor. Während wir gehen, können wir unsere Gedanken und Ziele aufschreiben. Es ist eine großartige Möglichkeit, unsere Ideen zu organisieren und eine klare Richtung vorzugeben. Ich stimme zu. Dinge aufzuschreiben hilft, Klarheit zu schaffen. Was ist der Plan, den wir während unseres Spaziergangs besprechen wollen? Ich denke, wir sollten Ideen für unser bevorstehendes Projekt überdenken. Das ist eine produktive Nutzung unserer gemeinsamen Zeit. Wir können auch unsere individuellen Ziele besprechen und darüber, wie wir sie erreichen können. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig in unserem persönlichen Wachstum unterstützen. Absolut! Zusammenarbeit und Ermutigung sind entscheidend. Ich freue mich auf den Austausch von Ideen und Erkenntnissen. Ich auch. Unsere Spaziergänge führen immer zu interessanten Gesprächen. Die Natur bietet eine beruhigende Kulisse für unsere Diskussionen. Und es gibt uns die Möglichkeit, die Schönheit um uns herum zu schätzen. Es ist eine perfekte Gelegenheit, neue Energie zu tanken und Inspiration zu finden. Machen wir das Beste aus unserem Spaziergang und planen wir unsere nächsten Schritte. Einverstanden! Unser Spaziergang wird sowohl erfrischend als auch produktiv sein. Lektion 16 – Die Organisation eines Ladens Hallo Anna! Hattest du jemals Schwierigkeiten, Artikel in einem Geschäft zu finden? Hallo John! Ja, manchmal kann es schwierig sein, Dinge zu finden. Ich frage mich, warum manche Geschäfte nicht übersichtlich sind. Dies könnte an schlechter Planung oder mangelnder Organisation liegen. Es ist frustrierend, wenn Sie nicht finden, wonach Sie suchen. Absolut! Es verschwindet Zeit und kann entmutigend sein. Ich denke, Geschäfte sollten einer effektiven Gestaltung und Beschilderung Priorität einräumen. Klare Beschilderung und logische Anordnung erleichtern das Einkaufen. Es verbessert auch das allgemeine Einkaufserlebnis. Ich stimme zu. Es ist wichtig, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Ein gut organisiertes Geschäft kann auch mehr Kunden anziehen. Auf jeden Fall! Die Leute schätzen Bequemlichkeit und Effizienz. Ich glaube, Ladenbesitzer sollten die Kundenbedürfnisse berücksichtigen. Das Verständnis des Kundenverhaltens kann Ihr Unternehmen leiten. Sie sollten beobachten, wie Kunden durch das Geschäft navigieren. Auf diese Weise können Sie auf der Grundlage realer Erfahrungen Verbesserungen vornehmen. Und es ist wichtig, auch auf Kundenfeedback zu hören. Kundenfeedback kann wertvolle Erkenntnisse liefern. Die Geschäfte sollten sich entsprechend anpassen und Änderungen vornehmen. Kontinuierliche Verbesserung ist der Schlüssel zur Kundenzufriedenheit. Ich denke, wir können auch als Kunden eine Rolle spielen. Inwiefern? Indem Sie den Filialleitern konstruktives Feedback geben. Das ist ein gutes Argument. Unser Feedback kann einen Unterschied machen. Es geht darum, einen Dialog zwischen Kunden und Geschäften herzustellen. Gemeinsam können wir zu besseren Einkaufserlebnissen beitragen. Ich bin an Bord. Lassen Sie uns unsere Einkaufstouren angenehmer gestalten. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Gedanken zur Ladenorganisation mitgeteilt haben. Lektion 17 Rezeptempfehlung für Anfänger Hallo Anna, ich habe vor kurzem angefangen zu kochen und suche ein Anfängerrezept. Habt ihr irgendwelche Empfehlungen? Hallo John, das ist großartig. Kochen kann ein lustiges und lohnendes Hobby sein. Sicher, ich kann ein einfaches Rezept mit Ihnen teilen. Für welche Art von Gericht interessierst du dich? Ich möchte mit etwas Einfachem beginnen. Vielleicht einem Nudelgericht oder einer Suppe. Was denkst du? Pasta klingt nach einer guten Wahl für Anfänger. Wie wäre es mit einer klassischen Spaghetti Aglio e Oio? Das klingt köstlich. Welche Zutaten benötige ich für das Rezept? Sie benötigen Spaghetti, Knoblauch, Olivenöl, rote Paprikaflocken, Petersilie, Salz und geriebenen Parmesan-Käse. Toll, diese Zutaten scheinen überschaubar zu sein. Kannst du mich durch den Kochvorgang führen? Natürlich. Kochen Sie zuerst die Spaghetti gemäß den Anweisungen in der Packung. Dann Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und gehackten Knoblauch und rote Paprikaflocken anbraten, bis sie duften. Sobald der Knoblauch goldbraun ist, geben Sie die gekochten Spaghetti in die Pfanne und werfen Sie sie gut in das mit Knoblauch angereicherte Öl. Mit Salz würzen und mit gehackter Petersilie garnieren. Das klingt einfach. Wie lange sollte ich es kochen? Nur ein paar Minuten, um sicherzustellen, dass sich die Aromen gut vermischen. Achten Sie darauf, die Nudeln nicht zu lange zu kochen. Streuen Sie vor dem Servieren etwas geriebenen Parmesan-Käse über die Spaghetti. Es verleiht einen schönen herzhaften Geschmack. Das klingt köstlich. Ich kann es kaum erwarten, es zu versuchen. Vielen Dank für das Teilen dieses anfängerfreindlichen Rezepts. Du bist willkommen. Kochen kann eine lohnende Erfahrung sein, und ich freue mich, dass ich Ihnen beim Einstieg helfen konnte. Ich schätze Ihre Anleitung. Ich werde es versuchen und Dich wissen lassen, wie es ausgeht. Das wäre wunderbar. Denken Sie daran, haben Sie keine Angst zu experimentieren und das Rezept an Ihren Geschmack anzupassen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Ich freue mich darauf, meine Kochreise anzutreten. Nochmals vielen Dank. Genieße den Prozess. Kochen kann ein kreatives Ventil sein. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie diese gerne stellen. Das werde ich. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ermutigung. Ich werde mich mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn ich weitere Hilfe benötige.